Ja hallo, hier ist wieder Kip Supernova mit einem weiteren Video. Heute geht es aber ausnahmsweise, das ist so ein bisschen Ausnahmewideo, das fällt jetzt ein bisschen aus der Reihe, es geht hier nämlich weder um Science Fiction noch um Splatoon oder Gaming. Naja, ein bisschen Science Fiction ist es schon, weil es geht um den Drachenlord. Ja, ihr habt richtig gehört, das hat auch nichts mit Fantasy zu tun. Warum sage ich Science Fiction? Nein, naja, weil es auch schon, also würde es den Drachenlord nicht geben, müsste ich ihn erfinden, aber keiner würde ihn mir glauben. Er ist aus dem Reich der Fantasy. Ja, nein, Spaß beiseite, ich glaube jeder weiß, von wem ich spreche. Wer es nicht weiß, soll es googeln, ich werde da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber ich habe vor ein paar Tagen, das möchte ich erzählen, ich habe vor ein paar Tagen auf seinem Blog, die Kommune der Faulheit, habe ich einen Kommentar geschrieben, weil ich gedacht habe, hey, ich muss ihn jetzt mal mit dieser Frage konfrontieren. Zur Info, er hat einen Blog, ich werde jetzt aber weder die Adresse sagen, ich werde die Adresse auch nicht irgendwie verlinken oder so. Ich will ihm absolut keine Klicks oder so geben. Schaut bitte bei Drachenchronik nach oder guckt die Videos bei Heiliger Ofenkäse oder so. Da werdet ihr jede Menge Aufklärung finden über dieses Projekt. Aber ich, da ich selbst, naja, da ich selbst mich für solche Dinge interessiere, wie, ja, jetzt nicht Kommune in dem Sinn, aber so Selbstversorgung und spirituelles Leben mit Gemeinde, bla bla bla. Also ich finde das Thema wirklich irgendwo interessant. Ich betreibe es zwar nicht selber, aber ich finde es irgendwo interessant. und mich regt es einfach unglaublich auf, mich triggert es, wie man heutzutage schön sagt, wenn Leute wie er über so etwas reden und dann Leute wie uns, die sich für so etwas interessieren oder auch andere Leute, die das wirklich betreiben, in so ein negatives Licht rücken. Und deswegen habe ich ihm einen Kommentar geschrieben. Zur Info, Kommentare auf seinem Blog muss er freigeben. Also er bekommt eine E-Mail, wo dieser Kommentar drinsteht und er kann ihn dann freigeben. Dann ist er erst öffentlich und wenn er will, beantwortet er das auch, diesen Kommentar oder diese Frage. Ich habe ein Screenshot davon und den zeige ich euch jetzt. So, ich habe geschrieben. Hallo, ich kenne Kommunen, die Selbstversorger sind und auch spirituelle Arbeit machen. Allerdings solltet ihr bewusst sein, dass Leute, die sich für so etwas interessieren, vor allem aus dem linksautonomen Spektrum kommen und auf veganes oder vegetarisches Essen, Yoga und Meditation stehen. Ich habe dich noch nie in diese Richtung irgendetwas verlauten hören oder schreiben sehen. Das ist eine Lebenseinstellung, die vielen Menschen sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass du dir bewusst bist, was das bedeutet. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das von ihm ignoriert wird oder vielleicht sogar gebannt wird. Ja, oder keine Ahnung, also einfach ignoriert wird. Aber es kam tatsächlich eine Antwort und zwar schon am selben Tag. Ich sehe gerade, nicht mal eine halbe Stunde später, hat Drache geschrieben und es ist wirklich er, weil nur er kann diese Kommentare beantworten. Drache, ich glaube, dass du nicht weißt, wer ich bin. Du hast nie von mir gehört, dass ich über Veganismus spreche. Warum er das in Anführungszeichen schreibt, weiß ich nicht. Klar, ich bin kein Veganer und ich habe eine klare Meinung dazu, die ich auch schon oft klar geäußert habe. Nur so viel, Veganismus ist in der Kommune nicht verboten. Ich glaube nur, dass es nicht praktikabel ist. Wenn man das machen kann und gesund bleibt, spricht nichts dagegen. Aber eine Sache noch dazu, Respekt geht in beide Richtungen. Niemand, der Fleisch isst, darf das genauso wie jemand, der darauf verzichtet. Und zum Punkt Spiritualität. Menschen sind von Natur aus alles Fresser. Wir sind also auf Dinge angewiesen, die Fleisch enthält. Man kann sie auch aus anderen Dingen enthalten, erhalten. Aber deswegen muss man kein rein vegetarisches oder veganes Leben führen. Ich denke, der Weg zur spirituellen Erleuchtung kann nur dann gegangen werden, wenn man nichts verleugnet. Wenn man als Mensch bewusst auf Fleisch verzichtet, ist das eine Verleugnung der eigenen Natur und kann niemals zu spiritueller Erleuchtung führen. So mein Glaube. Wir sind nun einmal unvollkommene Wesen. Das muss man auch akzeptieren. Und noch eine letzte Sache. Fleisch essen bedeutet nicht, dass man Lebewesen leiden lassen muss. In der Natur sterben auch Lebewesen. Teilweise unglaublich bestialisch, wenn sie von anderen Raubtieren gejagt werden. Es ist natürlich, also müssen wir das nicht verleugnen. Jeder kann so leben, wie oder sie will. Das ist Freiheit. Freiheit. So. Das ist Freiheit. Ja. Ich möchte jetzt hier kein Diskussionsthema zum Thema Veganismus aufmachen. Da soll wirklich jeder selbst seine Meinung bilden. Ähm. Ja. Ich stimme ihm zum Teil zu. Ähm. Zum Teil aber auch nicht zu. Oder wie soll ich ihn das nennen? Ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich stimme ihm zu. Ich glaube, ich stimme nicht ihm zu. Das ist das Erste. Ich habe ohne Witz, ich habe noch nie etwas vom Drachenlord gesehen, das ohne Rechtschreibfehler war. Und diese Antwort, das ist das Erste Indiz, ist ohne Rechtschreibfehler und fast ohne grammatikalische Fehler. Vom Inhalt her recht intelligent geschrieben. Also wie ein Politiker, der zwar seine Meinung äußert, aber die Meinung jetzt von dem, der das geschrieben hat, also von mir, irgendwo auch wieder respektiert. Also er war jetzt nicht beleidigend, er hat auch jetzt nicht widersprochen, sondern er hat, ja, er hat seine Meinung gesagt, aber er hat meine Meinung oder das, ähm, wie soll ich denn das sagen, ähm, respektiert, habe ich jedenfalls den Eindruck. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich Veganer bin oder dass ich damit, äh, äh, konform gehe oder so, sondern ich habe ja lediglich gesagt, naja, Leute, die wo so etwas aufziehen wollen mit Kommune, mit Selbstversorgung und so weiter, Freiheit, die sind eigentlich meistens Leute, wo aus diesem Spektrum kommen. Und ich glaube nicht, dass er, äh, diese, diese, diese Lebensphilosophie vertritt. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube auch nicht, das sagt jetzt mir mein Bauchgefühl, aber auch mein Verstand, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass er diese Antwort geschrieben hat. Erstens, sie ist sehr schnell gekommen, also überraschend schnell, ich glaube, es war nicht mal eine halbe Stunde später. Und zweitens, wie gesagt, ohne Fehler, ohne Rechtschreibfehler und inhaltlich recht intelligent geschrieben. Ähm, das kommt, da kommt bei mir, das, 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 das ist für mich ein Indiz, also kein Beweis, aber ein Indiz, dass nicht er das alleine macht, sondern dass da irgendjemand im Hintergrund noch ist, wo mit ihm das zusammen aufziehen will. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind die Gründe auch offenzichtlich, keine Ahnung. Ähm, oder für euch offenzichtlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was haltet ihr davon? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ähm, was euren Eindruck ist. Es geht, wie gesagt, es geht mir jetzt nicht um eine Diskussion oder um das Thema vegan oder, oder Ernährung oder so, oder Kommune an sich, sondern hat das der Drachenlord geschrieben, diese Antwort, oder nicht? Was meint ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung, ähm, ist nicht so, kommt nicht so oft vor, dass hier, äh, äh, was anderes kommt, außer Splatoon Gaming oder Science Fiction, aber weil dieses, äh, weil diese Sache mir einfach mal wichtig war zu erwähnen und, ähm, wollte ich das einfach mal zeigen. So, Diskussion eröffnet. Was meint ihr? Schreibt das der Drachenlord oder nicht? Bis dann. Kipp Supernova, over and out.